Johann Kreuf trifft Franz Beckenbauer. Zwei Fußball-Legenden im Gespräch über Barcelona und die Bayern. Für den ehemaligen Barca-Star Kreuf ist dabei vor allem der Blick auf Trainer Pep Guardiola interessant. Die gemeinsame Vergangenheit bei den Katalanen verbindet eben. Guardiola ist einer der besten Trainer. Erstens ist er sehr intelligent, zweitens versucht er nicht der Mannschaft sein System aufzudrücken. Er analysiert ganz genau, was sie können, ihre Mentalität und die Art, wie sie spielen und versucht dann, kleine Feinheiten zu verbessern. Er will also nicht alles komplett neu machen, sondern kleine Details verändern, um die Mannschaft erfolgreicher zu machen. Bayern ist zurück auf dem Weg an die Spitze. Aber sich nach so einem großartigen Jahr mit dem WM-Titel wieder auf die normalen Dinge wie den Liga-Alltag zu konzentrieren, ist immer schwierig. Marc-André Ter Stegen ist jung und er ist ein guter Torwart. Über fehlende Qualität müssen wir bei ihm nicht sprechen. Aber der Druck ist einfach da. Oftmals ist nicht die Qualität eines Spielers entscheidend, sondern seine Reaktion, wenn mal etwas schiefläuft. Es geht darum, wie man mit Fehlern umgeht. Die guten Spieler bleiben dann ruhig und machen einfach ihren Job. Und dann wird es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017